Das hier ist kein neuer Song, aber ein neuer Clip. Und ich freue mich, das zu hören. Miyagi und Andy Panda zusammen, Freeman. Ich habe diesen Song bereits gehört, auf deren Album. Und das Album habe ich auch immer noch im Auto. Und ich höre mir sehr gerne dieses Album an. Es ist ein super, super, super Album. Meiner Meinung nach, ja, ich würde sagen, lass uns mal anhören. Ja, der Song ist super, Freeman. Gucken, wie der Clip geworden ist. Let's go. Miyagi. So macht eigentlich der richtige Miyagi, falls ihr denkt. Die Stimme, immer diese, immer seine Stimme. Die macht mich einfach... Baby. Also zum Beispiel hier hätte ich einen Effekt erwartet, ja, wo der Bass kommt. Irgendwie so ein Welleneffekt, der das Bild wechselt, ja, in der Kamera. Das wäre geil. Das wäre genial. Ich frage mich, warum wieder schwarz-weiß? Warum wieder ein schwarz-weiß-Video? Jungs, ihr könnt doch besser. Egal, ich freue mich trotzdem gerade auf das Video. Ich wurde sogar letzten Monat auf das Konzert von Miyagi eingeladen. Leider konnte ich zu diesem Konzert nicht kommen, ja. Weil ich auf Hochzeit geplant, also ich habe Hochzeit geplant und ich habe noch einen Flug nach Russia geplant. Und deswegen, das hat alles nicht gepasst. Ich wäre so gerne auf dem Konzert von den Jungs. Und irgendwann mal fliege ich da hin. Und dann nehme ich das auf für euch. Fuck the Screaming Gang. Got it. Aber eins muss ich sagen, für ein Schwarz-Weiß-Video ist das eine sehr gute Qualität. Eigentlich finde ich, ist in Russia, Andy, Panda und Miyagi das beste Duo. Die passen so gut zusammen in der Stimme. Eigentlich in allen. Meine Meinung. Guck mal, guck mal, guck mal, das ist geil. Hier oben an der Uhr. Das Licht. Ah, ich sehe das sofort. Wenn jetzt hier noch Kadi dabei wäre, dann wäre, ich glaube, noch besser geworden. Ja, aber das ist schon ein sensationelles Niveau von den Jungs, ja. Das passt gut zusammen. Dieses Schwarz-Weiß mit Rot zusammen. Perfekt. Also, ich muss wirklich sagen, die Qualität vom Schwarz-Weiß ist echt super. Wirklich super. Es gibt wenig Rapper, die die Schwarz-Weiß-Videos machen, so eine Qualität haben. Das ist Bombe. Oh, 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 okay. Das klingt ein bisschen anders. Ich glaube, die haben den Song ein bisschen verändert. Okay, doch nicht. Tut mir leid, ich habe mich getäuscht. Und ich dachte, die haben hier ein bisschen was verändert, aber nein. Was soll man über die überhaupt schon sagen, ja? Ich habe schon lange bei den Jungs nichts Negatives entdeckt. Die machen sehr schöne Musik und viele kennen die mittlerweile, ja. Oh, mein Herz, mein Herz weint. Ah, ist super. Es ist super. Mir gibt es einfach dazu nichts zu sagen. Ich liebe die Jungs. Bestes Duel in Russia. Wir sehen uns. Tschüss. 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 Vielen Dank.